Zack, könntest du noch ein bisschen was anlegen, wenn es ist. Ich geh nochmal ein bisschen Gras schlagen. Gras schlagen? Das ist ja nicht so nett. Oh guck mal, da hinten ist Zuckerrohr und ein Skelett. Du bist so brutal. Du schlägst Gras. Skeletti, Skeletti, au. Au. Au, wot du. So, das ist ein Skelett. Ah, da ist es wieder. Stimmt, Wolkenblöcke. Können jetzt Skylands machen, keine Ahnung. Da, ui, da ist ein Bienenstock. Ein, hä, rot-weiß-gestreifter. Da hinten ist ein Silverwood Tree. Stehen lassen, los. Ja, 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 ja. Danke. Toolstation, ich hab keine Ahnung, was ich hier baue. Ich baue einfach mal. Oh mein Gott. So, die erste Eisendrücker. Repair motivation, ja. Oh Gott, ich muss da mich, glaube ich, ja, mal reinfuchsen. Ich habe jetzt Zeit. Was wollte ich nicht machen? Ich wollte das Buch weiterlesen. Also, ich lesen wieder weiter. Du kannst lesen. Na, man sagt, ich könnte es, aber ich weiß nicht. Schmeckt dich nicht ablernen. Was bitte? Ne, alles gut. Alles, alles toll. Materials and you. Ach, das kann man selber wieder craften. Achso, haben wir was zu essen? Das ist in Volume 2 auch. Okay. Das gehört so, das ist Mode. Haben wir was zu essen? Ich hatte vorhin mal einen Apfel. Zu essen haben wir bisher noch nicht. Okay, vielleicht wollte ich doch ein bisschen. Ich höre meine Bücher hier los. Hä? Wo war gerade's? Hä? Strange. Skelett. Rubber Sapling. Raw Rubber. Okay, ich behalte mal das Zeug. Genau, da wollte ich eigentlich noch mal so ein bisschen die Zuschauer fragen. Wie ist denn das eigentlich, was findet ihr spannender? Jetzt so den Anfang, wo ein Creeper relativ schnell herkommen kann und ein Spieler ins Jenseits befördert? Oder ist so, ja, wie sagt man bei Loisogen, das Mittel und das Endgame so interessanter, wo es praktisch wirklich nur ums Craften geht und die Maschinen oder die Projekte, die man sich selber setzt. Wie jetzt zum Beispiel die Monster-Arkaden, wir können unsere Wette gar nicht abschließen. Ja. Stimmt. Die Monsterfalle. Ja, wir stellen zwei Quarries auf und wer dann als erstes seine Monsterfalle da drin hat. Aber wir benutzen jetzt Mistcraft dann, auf jeden Fall. Mistkräft? Mistkräft. Mistkräft. Oh Gott, dann nicht das Linking-Book vergessen. Da sind Kühe. Buuu. Buuu. Genau, im Hintergrund. Buuu. Habe ich die Sounds eigentlich an? Die Kiste ist ja jetzt schon voll. Ja, ja, wir sind eingesperrte Kühe. Drei in der Zahl. Baumkühe? Was wollen wir tun? Sie sind eingesperrt, ja, Baumkühe. Äh, sie sind eingesperrt. Äh, können wir schon eine Schere machen, weil dann gehe ich mal auf Wollensuche? Nein, können wir noch nicht. Erst ein Iron Angled und ich habe schon eine Eisenspitzhockey gemacht. Nein. Nein, okay. Wie kannst du nur? Ich lasse mal die Kühe da hinten im Busch. Sakura Planks. Flowering Jelly. Das ist von diesem pinken Baum. Seid lustig und vermehret euch, ihr Kühe. Warte mal. Schade. Doch nicht. Doch nicht. Wir haben hier drin eine Blume. Äh, warte mal. Ich mache mal Trashkiste. Das da, das da. Das da, das da, das da. Ach, jetzt heißt das Quarz auch anders. Zertusquarz. Was? Wie heißt das? Ah, Zertus. Okay, gut. Gut zu wissen. Bone Meal. Oh, strammt. Bone Meal? Bone, na klar. Hallo, ich habe ein Skelettpack gemacht. Ach so. Ist ne Öl. Ist ne Öl, ja. Ich deutsch, nix viel gut. You know? Ich deutsch. Ich nix arbeiten auf dieser Baustelle. Das ist doch kein Weizen. Hm. Doch, das ist Weizen. Das glitzert so komisch. Und ich krieg nur Seeds raus, kein Weizen. Hä? Was tust du? Das glitzert so. Bone Meal wurde genervt. Denk dran. Stimmt, ja. Ja, was? Bone Meal wurde genervt. Ähm, ne. Es ist nicht mehr so stark. Nicht mehr. One-Click. Na toll. Okay? Also, du musst schon öfter klicken. Drei oder vier brauchst du. So, Moment. Ich brauch erst mal ein Waypoint. Wie kann man hier Waypoint setzen? Ja, das hab ich mich auch schon gefragt. Warte, ich stelle mich mal hier hin und drücke mal auf die Tastatur. Was passiert hier und hier? Warte, 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 warte. Drücke Bild auf die Tastatur. Also, einmal den Kopf über die Tastatur rollen und mal schauen, was passiert. Nein, das nicht. Schreibe deinen Namen mit deiner Nase. Was bitte? Ah, hier. Und, was ist es? Äh, bei mir ist es Punkt oder Minus, glaub ich. Irgendwie sowas. Minus ist es. Dann kann man Waypoint erstellen. Das ist eigentlich vielleicht eine gute Idee. Mach mal ein Waypoint. I have a Waypoint. Ey, cool. Der Waypoint sieht ja mal richtig geil aus. Den sieht man auch richtig von weitem. Wie so'n, 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 so'n. So. Piume. Strahl. Choose color. Ich gehe mal Schafe jagen. Ach. Brauch ich so einen Meter? Keine Ahnung. Hast du schon Weed? Ich habe einen Weizen und versuche gerade, Öl in ein Loch zu locken. Das ist ja cool. Ohne, dass mich das Skelett hat. Ja, aber das hier auch. Krass. Heftig, gell? Rackaden, Achtung, Linkskelett. Die Kuh folgt mir nicht. Das Skelett traut sich nicht weiter. Attacke. Das ist doch das Skelett. Sterne. So, ich habe jetzt erstmal Hühnchen für euch. Wie du nur zwei hast ein Pfeil im Kopf. Ich habe ein Pfeil im Kopf. Ich glaube. Im Nacken. Im Nacken, ja. Soll ich rausziehen? Warte. Warte, Hand nehmen. Schade, ich glaube nicht. Warte, noch mal. Okay, klappt nicht. Ich wollte Schafe jagen. Ich gehe Schafe jagen. Stimmt. Aber ich darf nicht so viel rennen, sonst bin ich gleich wieder. Lassen wir uns mit. Hier im Ofen gab es jetzt schon mal ein bisschen Hühnchen. Chicken McNuggets oder Chicken Curry. Ich habe ein paar Äpfel gefunden. Komm, Kuh. Ich hoffe. Hier ist eine Robotrie von Industrial Craft. Ganz gut zu wissen. Oh. Ach, scheiße. Ich hält. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Was machst du da? Achso. Wer anderen eine Grube gräbt. Ja. Hat einen grüben Grabgerät. Ich habe jetzt die Kühe immer eingesperrt. Eiskalt. Was ist denn das hier für ein Weizen? Hä? Hä? Okay, ich habe komisches Zeug gefunden. Das kenne ich selber noch nicht. Ich habe komisches Zeug gefunden. Kann man irgendwie aus dem Nettoch rein? Barley. Achso. Das ist dieses Barley. Ah, gut zu wissen. Huch. Nein, würde ich nicht. Weil wenn das Similiar to Weed ist. Ah, Minimad Options habe ich gefunden. Ist das Skelett schon tot? Ja. Okay. Da hinten ist ein Bienenstock. Ich brauche aber Schafe. Vorsicht, Karten. Ich schub es mal gerade eine Kuh ins Loch. Da sind Hühnchen. Oh mein Gott. Show Player. Show Player Helmets. Show. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ah. Cool. Da kann man sich doch auch Mobs anzeigen lassen, oder? Kann man sich auch Schafe anzeigen lassen? Da war... Moment, warte. Äh, wo war es jetzt? Radar. Hallo. Show Hostiles. Show Neutrals on. Ja, Neutrals sind dann wahrscheinlich. Neutrals, doch. Cool. Ich sehe die Kühe. Ich meine, was sind das? Wo sind die Map Options? Hä? Wo ist denn das? Ähm, Plus bei mir. Plus? Plus? Tatsache. Ah, Tatsache. Das ist sehr cool. Show, was war das? Oh, das sind Chickens. Ähm, dann auf Radar war es, glaube ich. Ja. Genau, Radar und dann Show Neutrals. Show Player Helmets. Auf der rechten Seite ist Show Neutrals. Neutrals. Mein Gott. Ah, okay. Perfekt. Kannst du die Viecher anzeigen lassen? Das ist ja süß. Das sind Hüttenfische im Wasser. Das sind Schweine. Da hinten sind... Und da ist Öl. Ui, gut zu wissen. Hä? Was ist denn das eigentlich für ein Viech? Ach, das sind Fledermäuse jetzt da. Die zeigt es unter der Erde an. Äh, ich bring mal Schweine mit. Du Sau. Folgt ihr mir? Hallo? Nein, die folgen mir nicht mit dem Zeug. Hm. Ist kein Weizen dabei. Ja, ich hab dieses Barley mit. Schweine brauchst du Karotten. Ach, Schweine. Ja, eins hat sich auch geändert. Und für Chicken brauchst du Seeds. Seeds habe ich. Ich hab ganz viele komische Seeds. Ne, die ganz normalen Seeds. Weed Seeds. Nilla Seeds. Weeds. Ja, ist klar. Ist ja auch Vanilla im Prinzip. Die Fledermäuse sehen lustig aus. Hm. Dachte mir, was ist das? Aber gut zu wissen, wir haben unter uns eine Höhle. Demnach. Offensichtlich. Was demnach sehr praktisch ist. Vor allem das Leuchtfeuer sieht auch geil aus von Weitem. Der Mapmarker. Ach so, stimmt. Ich hab mir ja noch Garten gesetzt. Sollte ich mal vielleicht eventuell mal tun. So, wenn es was sehr praktisch ist. Wie macht man nochmal Marker? Äh, Minus. Mi. Yay. Macht eigentlich Sinn. Minus Marker setzen. Plus waren die Optionen davon. Ja. Choose Color. Es wird dunkel. Ich hab Angst. Ich hab's grün. Das schaut auch recht schön aus. Oh, cool. Doch, die Marker sind echt hammerhart. Äh, was wollte ich nicht jetzt. So. Weißt du, am Anfang erst alle so, äh, ich will Race Manimap zurück. Und jetzt, boah, cool. Ey, geil. Boah, hast du das schon gesehen? Ich hab nicht gesagt, dass ich es unbedingt zurück will. Ich hab halt mit mich nur gefragt, was es ist. Was neu. Meine Güte, wo sind sie denn? Ey, wir haben hier Hühner ohne Ende, aber keine Schafe. Hm. Ähm, ähm, ah, Moment mal, Flex Seeds war Red Power, gell? Äh. Hä? Das kann aber nicht sein. Nein, ich mein nur, Flex Seeds war Red Power, gell? Ja, wir haben keine. Ja, also haben wir keine. Also haben wir auch keine Alternative. Fuck. Gott, wie viel Holz ich hab. Da, 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 da. Ich bin hier so ein bisschen Tarzan und hüpfe von Baum zu Baum, in der Hoffnung, dass mich keine Mubs finden. Ja, bitte. Oh, schaut euch das mal an, wie viele Hühner hier sind, boah. Okay. Könnte mal das Kobbel loswerden. Wurde mal, wie war das mit der Trashkiste? Da drüben. Vielleicht sollte ich dann auch da den Trash reintun. Die kommen mir ja echt hinterher, die Viecher. So, Holz ist jetzt aber nicht wirklich Trash, oder? So, ich weiß gar nicht, da, keine Ahnung, braucht sowieso gar nichts. Man kann Kobbelsticks machen? Stone, what? Okay. Was, bitte? Moment. Wir will sehen. Nein, du hast die Hühner getötet, du Sau. Tatsache. Skelett. Compressed Kobbelstone. Ich bin so gut wie auf Null. Achso, ich habe was zu essen. Oh, und ein Skelett verfolgt mich. Ach, was mache ich denn da? Dong, dong, dong. Au, au, au. Stimmt, ich wollte eine Schaufel machen. Mua. Hä? So, mein Schwert. Ich habe einen Debuff. Was hast du? Ich habe einen Debuff Hunger. Hm. Ja. Hast du mir verrottenes Fleisch gefuttert oder so? Nee. Ich habe Hühnchen gegeteilt. Huch. Mir folgt hier gerade so eine kleine Hühnerschar. Ich meine, gut, ja. Kommt mal alle mit, Freunde. Du bist denn du? Ich sehe dich auf der Karte gar nicht. Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ja, meine Güte, kommt es halt hinterher jetzt. Wir sollen doch nicht stehen bleiben. Kühlschubsen. Kühlschubsen. Alle ins Loch mit ihnen. Was bitte? Die Kühe. Erdloch. Oh, Eis. Okay. So. Eine Schaufel. Wirklich nicht. Schlecht. Hast du schon eine Schere gemacht? Loks. Hm. Ui, 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 ui. Also irgendwie folgen mir die Hühner irgendwie nicht richtig. Au. Das war nicht richtig. Hast du Seeds? Ui, ein Böserz. Hilfe, ein Angry Zombie. So, einen Moment. Ein Angry Zombie. Ich hoffe, mich er unterbricht. Jetzt nicht gleich die Aufnahme, weil ich müsste kurz raus den Musikshorn leiser machen. Warum nimmst du auch immer ein Vollbild auf? Was schöner ausschaut. Das macht keinen Unterschied. Doch. Nein. Bei dir fehlen links und rechts die Ränder. Äh, mir fehlen. Nein, tun sie nicht. Doch, bei dir ist es, glaube ich, abgeschnitten. Nee. Entweder bei dir ist es links und rechts abgeschnitten, oder du hast oben und unten schwarze Ränder. Eins von beiden. Du musst du mal schauen. Äh, nein. Doch. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Nein, doch. Oh, nein, doch. Doch, bei mir ist es so und ich fand das unschöne und deswegen nehme ich seitdem im Vollbildmodus auf. Und ich glaube, ich habe gerade zweimal die Aufnahme unterbrochen. Weil ich ja mal raus und wieder rein im Vollbildmodus bin. Tut mir leid. Ich werde es wieder tun. Nee, ich werde es nicht vermeiden. Kannst du, Karten, kannst du mir mal kurz hier so ein Loch graben, wie bei den Kühen? Hier so daneben. Wie bei den Kühen. Hier so eins, damit ich, da kann ich vielleicht, sieben Eier vielleicht, haben wir Glück. So, oder größer. Ja. Die können ja nicht abhauen eigentlich, gell?